Ja klar, wenn du das erste Spiel nicht gewinnst, dann musst du das nächste Spiel gewinnen. Wir haben super angefangen, wir haben gewonnen 2-0. Portugal war sicher ein gutes Anfang. Jetzt müssen wir weitermachen und Ungarn hat sicher mehr den Druck. Die spielen TI und wir müssen einfach konzentriert bleiben. Und dann denke ich, dass wir es schaffen, weil wir finden, dass wir mehr Qualität haben und wir müssen sie nicht unterschätzen. Und dann werden wir die 3 Punkte holen. Wir müssen einfach konzentriert bleiben und aggressiv spielen und versuchen, um die Goals zu schiessen. Ich mag beides, aber im Wolfsburg habe ich einen Tuareg, wo ich fahre und auch einen Golf. Also ich mag beide gerne und sind sehr gut zum Fahren.